Hakuna Matata Muchachos, da sind wir wieder, eure Losers, ich bin der Dekonstruktivist und wir zocken ein C-Game mit dem Mabossa. Haivi, Paiivi, das war Hallo auf Finnisch. Ist das nicht Hiwe, Paiwe? Ja, hab ich doch gesagt. Er guckt es nach, sagt es mir und dann sagt er es falsch. Ja, du bist ja auch in Skandal. Hauptsache, Hauptsache, ich kann es dir merken. Los, lass in Waden. Was? In Waden, in Venomino? Ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Ach so, Marvin hat mir die Mitlänge geklaut. Eigentlich wollte ich ja Kate in Katharina Mitte spielen, weil es sich jemanden gewünscht hat und weil ich es Gingeschenkt bekommen habe. Aber jetzt spielt er halt Mitte, weil er Endy spielen will. Ja, ich will das kleine Schulmädchen. Gegen Leblanc? What the heck? Ja, ich hoffe, die wird dich richtig durchbürsten. Richtig schön fällt. Also nicht nur durchbürsten, sondern auch durchbürsten. Oh yeah. Das Gute ist, ich habe ja auf Level 6, kann ich mal da einen One-Shotten. Ja, und sie dich auch. Aber ich mehr. Ich kann mehr One-Shotten. Ähm, so, der Mabossa, was hat sich denn vergisst? Ja. Muss aufpassen hier. Stell dich mal vor, wir spielen im Team mit X, the, Zä, 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 Zäb. Denk ich Zä, Zäb. Zäb. Ja, ich weiß nicht, ob... Eigentlich ist es nicht AE, sondern E, ist egal. Safer 67, The Evil Nero im Gegnerteam. Yasuo, 132, XX, Wrecker, XX. Dann den lieben Mark 374, der uns ja, äh, Skins geschenkt hat. Der war noch nicht dabei. Und jetzt mal, welche Skin war das? Ich muss mich erinnern. Ach so, Steel Legion Lux und, äh, der komische, dieser Sport, den keiner spielt. Wie heißt das? Curling. Curling. Genau. Curling Vega. Diesen Sport, den keiner spielt. Geschenkt hat's, ähm, dann Mr. King Julian und Karate Kid. Und das First Blood geht wieder mal an die Gegner. Ja, so muss das. Und ich muss, ich kann ja eigentlich auch mit meinem Coo, Jana, äh, Leona wegkicken, oder? Ja, du hast den zwar gehen. Vorbei, dass einiges äußerst schwer werden, glaube ich. Denn ich habe ja noch eine Scheiße zwischen. Ach, war's die richtige? Lol, es wäre noch ein Auto-Attack gewesen. Wusste nicht, ob es die richtige war. Dat ma bossa, ne? Dat ma bossa. Jetzt muss ich aber zurück hier. Schade. Oh, oh. Lori, help! Ich habe keine Helm. Das ist nicht verdient. Uh. Uh! Uh! Oh, yeah! Was soll? Gibt, gibt Jana keinen... Doch. Dachte gerade. Da habe ich ihn perfekt gestunt. Oh, der hat ihn auch noch fast bekommen. Aber hat, hat Jana selber den Move-in-Speed-Bonus nicht, den sie dem Team gibt? Weil ich habe diese Buff-Anzeige nicht. Ich kann gar nicht sagen. Das heißt, nur ein Vorteil, das wäre unfair. Twisted Fate kriegt ja auch das Zusatzgold, wenn man Twisted Fate spielt. Ja, oder man kriegt ja auch Erfahrung, wenn man Silian spielt. Das sind ja alle so. Ja. Aber da hat man auch die Buffs immer in der Anzeige. Ich habe hier ja nichts in der Anzeige. Hatte man zumindest. Klar hast du das in der Anzeige. Habe ich? Die Schnauze, klar hast du. Nein. Doch. Was soll denn da stehen? Ich habe hier nichts stehen. Alter, über deiner Skill-Leiste. Nee, steht nicht. Wenn ich auf dich klicke... Lol. Also bei mir steht nichts. Ach, ist es nur Range oder was? Wahrscheinlich in Range, ja. Aber das wusste ich auch nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die man einfach vorhin nicht wusste. Ich dachte, das wäre so ein globales Teil. Oh, ist der Genial, Samy, Samadisa, Scheiß-Burst vom Leblanc. Lol. Hat er ehrlich noch weggeflasht? Jetzt? Oh, immer hier sein. Oh, und da hat er den Kuh nicht getroffen. Das war peinlich. Ich habe es auf Video. Wie peinlich. Das hat all den Kuh nicht getroffen, das war echt... Ey, und das habe ich jetzt auch Redkillen lassen. Das war noch peinlicher. Oh, ich mache hier die Community doch nicht fertig. Na, fuck. Ja, und ich habe das Schulmädchen, weil ich sie schon Ewigkeiten nicht mehr gezockt habe. Wirklich, Ewigkeiten. Dann hat es mir jetzt mal wieder Zeit. So Ewigkeiten ist das gar nicht. Ich weiß nicht, du hast doch bestimmt irgendwann mal, äh... Nee, Andy Sub habe ich nie gespielt. Mit Streichhölzer. Bist du sicher? Mhm. Bist du ganz sicher? Ja. Ehe nicht. War nie so mein Ding. Warte mal, against the meta. Äh, Schild. Ja, das lief wieder halt nicht ganz so, wie es sein sollte eigentlich. So, was ist da los? Haben wir auch den Kill auf Leona bekommen? Haben wir auch nicht, ne? Der Kill auf Leona hat nicht geklappt. Der Kill auf SV hat auch nicht geklappt. SV hat aber Miss Fortune gekillt. Und... Dann ist Lissi noch gestorben, weil er zwei Qs gemisst hat und sich dann noch... Doch, Hilfe! Leona hat catchen lassen. Also, es läuft wieder, muss man sagen, es läuft. Weißt du übrigens, dass meine Midlane viel besser laufen würde, wenn ich Cutter spielen würde? Oh, oh. Stirbst du? Ich hoffe, er stirbt. Jawohl, den hat er bekommen. Ja, Papa kommt. Oh, er trifft den Q. Ja! Entweder hoch, wahrscheinlich entweder hoch. Doch nicht. Kann ich da was noch machen? Wo komm, reagier! Ich hab nicht mehr sehr viel Mana, muss ich sagen. Komm! Jawohl! Ey, der Lissin, der geht... Der geht regt sich ab. Ich chase hier einfach ins Nirgendwo, aber... Ah ja, so braucht keine... Äh, der Bekong braucht keine Hilfe. Alles easy! Wie läuft's bei dir? Nicht ganz so easy. Nicht ganz so easy. Nicht? Okay. Aber bis jetzt ist noch nichts verloren, sag ich mal. Das ist die Hauptsache. Ich geh gleich noch... Noch nichts verloren und geh in... Ich glaube, ich lese gerade auch Gefahren, dem mann, wo ich das gesagt hab, dass ich... Leona mich mit einem Tower... ...stunt. Noch ist nichts verloren. Kitz, sch, 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 tot. Alles easy, mein Lieber. Alles easy, Fokie. Ich wär so viel Mana, ich muss mir... Ich glaube, ich muss mir ein Kelch kaufen. Ziemlich dringend. Bin auch gerade am überlegen, was ich mir mit... Ähm... ...der Madame hole. Ich glaube, ich geh mal als erstes... ...huch, wie Ari... ...auf... ...Defsfeier. Ich glaube, das geht richtig an. Gerade bei den Bursts, den man hat, das ist ja... Ari! Ja, was? Was ist für Ari? Einfach Ari in den Raum schreien? Du hast doch Ari gesagt. Ich glaube, ich mach mal wie Ari auf Deathfire. Ja. Wo ist hier eine Ari? Bist du behindert? Ja, mit Ari geht man auch auf Deathfire. Der zusammenhangsloser Dinko. Der zusammenhangsloser Mabossa, wie kommst du auf Ari? Ja, weil sie auch auf Deathfire geht. Ich könnte auch sagen, wie Leblanc. Das hätte Zusammenhang. Leblanc geht doch nicht in Star auf Deathfire. Klar, kann man machen. Böisterino und so. Klar ist das... Also, würde ich zumindest tun. So wie auch mit Vega zum Beispiel. Aber ist ja scheißegal jetzt. Oh fuck, da hat er mich ausgetänzelt. Ich bin tot! Nein! Nein, ich hab den vollschmerzen angegriffen! Please! Irgendwie sehe ich hier aufgelistet gerade mal 200 Schaden oder so. Nein! Sie wusste, dass ich hier bin! Ich wollte meinen Weh noch aszen! Du bist so bad! Ich hab die falsche, Leblanc fertig gemacht! Lolololololoon! Lololololol! Ja, der Burst ist schon, ist schon krass! Echt schon krass! Aber ich meine, Potz nicht schnell reingeschmissen. Ist Forged ist auch gestorben und es gab wieder schon wieder einen Gankbot. Das ist nicht gut Oh, ach so Dann tryhard ich jetzt mal ein bisschen Ja, tryhard halt mal Ich hätte vielleicht auch tryharden sollen Vielleicht doch ADC spielen sollen Aber ich also Wir wollen ja nicht schon wieder ein C-Game verlieren Ähm Ich hab ordentlich mehr Farben Also daran geht man, dass es doch noch nicht verloren ist Warum Janna? Weil Janna cool ist Hast du gerade gefragt? Ja Darum Genau Warum Missforschen? Ja Janna ist jetzt ja nicht so dein Maid-Chap Das kann man ja auch nicht sagen Hast du SS? SS-Bot Die machen glaube ich Dracorino Ja, das können wir jetzt machen Laterne Sonne, Brot und Reis Ich hab keine Sight Mit dem Teil Aber im Teamfight schaffen wir das schon Ich finde, Andy ist so ein krasser Champ Was das angeht Laterne, Laterne Da kommt Lysin Inne, Mene, Boto Oh fuck, ich bin sowas von tot Oh fuck So, wenn ist es aber hier erstmal ein King geholt Wow Greif ihn an Greif ihn an Da bin ich auf Balls deep reingegangen, weil ich wusste, dass Lysin da ist Aber bin ich blöd oder macht die Missforschen irgendwie keinen Schaden? Oh, zum Glück Habe ich hier meinen Teddybär, der hervorgeht Uiuiui Zum Glück habe ich den Den Q gedodged Sonst wäre das echt ins Auge gegangen Uiuiui Zum Glück machen meine Skills nur Schaden Machen sie Ich hab von mir geredet, Tchogo Meine Skills machen nur Schaden Machen sie doch Oh oh, 7 zu 7 Es geht besser Besser Und den Tower haben wir auch schon weg Sehr schön Da kommt der Zwirbelsturm Leblanc ist missing Ich würde gerne Back gehen Sag das doch Habe ich gerade Weil Ward-Item und so Und ich kann mich nicht mehr Ich hab so wenig Kohle, diese Runde Weil auf der Top-Lane nicht wirklich viel klappt, muss ich sagen Hot-Lane meine ich natürlich Ich weiß gar nicht, wie unsere Top-Lane aussieht Top-Lane Wukong 3-2 läuft ja eigentlich Nein, es reicht noch Oh mein Gott Diese Abklingzeiten sind dann noch etwas krasser Wie gedacht Wie gedacht Wie gedacht Hm Deutsch und so Es geht Schade, Banane Schade, Banane Da merkt man, dass Andy in der Mitte gegen LeBron Nicht wirklich was ausrichten kann Aber ich freue mich auf die Team-Files Oh fucking Ja Ich könnte ja mal ein bisschen roamen Was hältst du denn da vor? Ich würde jetzt nicht Nein sagen Da kommt Papa jetzt rum Ulti ist ab Oh fuck Hau da ab Wo ist die LeBlanc? Wo ist die LeBlanc? Was? Tötet sie doch Meine Autotext machen auch so wenig Schaden, Alter Hast du das gerade gesehen, Mann? Ich bin da drei Autotext draufgezimmert Und es ist nichts passiert Ich muss sagen Der Lee Sin macht echt einen geilen Job Ja, er macht es zumindest wieder gut Dass er beim ersten Gang so verkackt hat Wie LeBlanc leider auch Er macht meinen Tower Insta Aber du hast nichts gemacht gerade im Fight, oder? Ich war zu langsam unterwegs Also war mal Bosser nur zum angucken da Ja, ich wollte mich einfach mal zeigen und Hallo sagen So, kriegen wir jetzt endlich einen Tower Down Boah, ich habe doppelt so viel Farm wie LeBlanc Okay Das läuft doch dann relativ So, und Beckerino Der Gang war gut Das hat uns wieder ein bisschen reingebracht Ein bisschen Kohle bekommen dadurch Ist immer noch nicht optimal, aber Gut Wow Dieser Dammit Man, ich kann einfach nie was machen Das ist so kacke, dass sie sich in Luft auflöst Ist das die richtige? Ne, ich hätte mich auch bewundert Hätte sich aber gut getrollt Ja, ich wollte gerade sagen Einmal nichts machen Oh LOL Sie war noch hier? Nein Egal, Red Buff Oh, dieser Flash Da kommt Leona Was macht die denn da? Hat die keine Hobbys? Okay, dieser Flash war da natürlich Richtig für die Katz Was macht die hier? Erzähl mir Keine Ahnung, rumschülern Ja, so MF fehlt ja auch, ne? Das ist Ezreal und der Kuppel So bitte Ulti von Ezreal Ist tot Oh, ich hab mich schon gewundert Schade Ich konnte sie unterm Tower noch stunnen Ja gut, dass da einer von euch mehr reagiert hat GG Ja, ich bin da schon umgedreht Aber die war da schneller da Und Ezreal war auch nicht da Der hat unseren Ulti durchgezogen Ja, push, 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 push Ach, ihr habt den Tower schon, lol Das haben wir schon Ja, dann Und, äh, wir müssen jetzt Ezreal, den Lee Sin Ist unser Lee Sin auch tot? Ne, wo ist unser Lee Sin? Lee Sin? Also Ja, jetzt müsst ihr mal langsam kommen, ne? What the heck, wie lange ihr... Okay, wir müssen watch and push, das ist schon mal gut Aber trotzdem, der Tower ist hier auch noch platz Niemand bewegt sich Komm, jetzt will ich einen Toten sehen Mindestens einen Hier Oh, da hätte man noch was machen können Da hättest du dich hinbewegen sollen, ja Na da Mach irgendwas Dein W, dein Q, irgendwas Nein, ich komme nicht nach vorne Ja, sehr schön Alter, ihr läuft ja an dem S-Zwiebel vorbei Meine In your face Hier ist, äh, Pinky Achso, ich dachte, da wäre ein Pinky Ne, da war ein Pinky von uns Oh, fuck Okay, die Der Block macht doch zu viel Schaden Nein Fick dich Ach, ne, da ist die Richtige Meiner Der ist tot, der ist tot Oh, die live blank Aber die spielt gut, muss man sagen, Alter Die spielt echt gut Ich habe gerade richtig schön viele Kills bekommen Nein, bitte, lass ihn mir, lass ihn mir Oh, yeah Jetzt den Draco Wollen wir den machen? Draco Malfoy? Schauen wir nicht Oh, mein Gott, jetzt habe ich gerade vier Kills bekommen Oh, yeah Das ist die Late Game Stärke Am wenigsten schläuft es bei Marvin Late Game Stärke von Eliop Habe ich auch noch schöne Ultien, die reingekrachelt Habe ich nicht gesehen, ich war da mit Allein deswegen nehmen wir eh schon meinen auf Hey, hey, hey Ja, ich sehe es, aber ich kann nichts machen Was soll ich denn machen? Ja, komm, nächsten Kundeau Ich habe den Double buffen Ja, genau Vielleicht reicht das ja schon Aber wir brauchen ja Bis Fortune kommt und Lee Sin ist auch da Ja, okay, jetzt rein Oh, schade Achso, ich dachte, der macht da noch was Oh, fuck, vollkommen falsch eingeschätzt Oh, fuck, vollkommen falsch eingeschätzt Oh, LeBlanc schon wieder Ist da noch irgendwas? Bist du noch da? Ja, ich bin da Und LeBlanc ist auch noch da Aber ich habe Angst vor LeBlanc Bam, weiter geht's hier, Baby Baby, Baby Baby, Baby Nein! Nein, das hat nicht mal gereicht Oh, sehr geil Wie ist richtig schön Mach Kill, Kill Nein! Ja, sehr schön Aber den Dragon haben die bekommen, oder? Oder haben wir den Dragon bekommen? Ähm Ja, Anime-Drag Schade Schade Ach, das war so schlimm Und ich habe 2600 Jetzt kommt erst der Damatio, von dem Papa gesprochen hat Oh, fucking yeah Ich muss aufpassen, dass ich hier sicher auch vielleicht überrascht werde Meinst du richtig? Von hinten Bam Der mich Weg rasieren will Deswegen hau ich mal lieber ab Ich habe auch 600 Ich kann mir Zumindest meine Schuhe, glaube ich, jetzt upgraden So, jetzt dürfte ich eigentlich richtig rasieren Ich habe 109 Farben Viel zu wenig bei Minute 19 Das steht außer Frage Ähm Aber Die LeBlanc hat 64 Also LeBlanc Bitch, please LeBlanc Da müssen sie noch auf jeden Fall Besser farben Von Playstyle Richtig gut Vom Farmstyle Piep Da kommt übrigens Ezreal Zu dir Hat er richtig Bock, oder wie? Ja, ich habe Bock, die wegzuknacksen Ja, aber Ezreal kommt auch Ich bin jetzt schon da Also so richtig Bam Bam Ja, dann kommt auch mal Liebe Muka Chinas Muka Chinas Also ich bin da Soll ich die Baiten? Baiterina? Wow Lass auf hier Nein Du hast hier weggestoßen Aus meiner Ulti Echt? Oh Das war unbeabsichtigt Ich wollte mir die Sin retten Was mache ich da? Oh mein Gott Ich gehe so tief rein Ich dachte, das wäre mein Stun Oh Das war nicht der Stun Du hast echt drei Leute Aus meiner Ulti rausgehauen Das war echt für die Friesen Eier Okay, deswegen Also Janna und Annie Skalierten ja gleich mal null zusammen Nee, nicht wirklich Ich will, dass die klumpen Und auch klumpen Die wieder auseinander Aber das war auch gerade Richtig Wirklich Richtig Grotte von mir Wenn ihr El Grotto kennt Das bin ich Kennst du El Grotto? Ja, du bist da wirklich etwas Ich kenne El Grotto natürlich Bist doch du Ja, Siggi Aber der Lee Sin Guck mal, der hat 10-1 10-1 Sagst du 10-1 Lee Sin ist OP oder was? Ja, könnte so sein Oh komm, der kann dir alles auffallen Wukong, 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 Wukong Alter, was machst du denn hier mit dem scheiß SW Er soll dich ficken, ey Er soll dich ficken Alter Du bist doch Du hast überlegt? Ey, warum hast du das? Ja, natürlich habe ich überlegt Ich bin Pro Oh, schade Ey, das Mal Bosse Ja Da hat mich LeBlanc getrollt Was ist denn los, Betty? Ich wollte nur, dass du stirbst Ich schnauze Oh Das hat doch noch geklappt Oh, hallo Hallo, Mister Jetzt fick ihn doch, du Nein, ey, das sollte meiner werden Du hast Ignei draufgehauen, ne? Hast du verdient, du Choro Oh, jetzt ist der Dicke mad, jetzt ist doch richtig mad Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt den hier Bam Bam Alles kalt Ganz im Ernst, ja, mit Yasuo eine Janna zu killen, die noch minus 30 HP hat Ist ja jetzt nicht so die Leistung Wieso, hat er das geschrieben? Ja, da habe ich dich ja dann geschrieben Nein, da hat er nicht Ja, ha, 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 ha Oh, ist das schön Wenn Deko stirbt, dann mache ich hier immer so ein Sektglas auf und aus auf Ex weg Bam So, den verträgst du doch gar nicht Da magst du sogar recht haben Die Saufnase bist ja du unter uns, ne? Oh, oh Der Wokan kriegt aus Das war completely eingeknödelt Knödelt Das heißt? Ja, das heißt, dass es eingeknödelt wurde Also keine gute Leistung, oder? Von rechts, von links, von vorne, von hinten Also richtig? Bäm Ja, er war da schon alleine gegen zwei und dann wollte abhauen, aber da kam dann die Liebe LeBlanc LeBlanc, die heißt nicht LeBlanc, jetzt LeBlanc Okay, dann kam mal LeBlanc Bam Und das Show hat die Leona rum, die immer noch nicht weiß, dass da ein Pinkwort drin ist Ich sollte gar nicht so weit nach vorne gehen, aber ich bin gerade so richtig im Yolo-Modus Oh, das ist natürlich böse, dass der Yasuo... Hier ist Ezreal. Ok, aber Leona von hinten, was ist da los mit dir? Ja, was will Leona von hinten? Scheiße egal. Wo ist das MF? MF brauche ich hier. Ich muss dich supportern. Supportern. Los, geht mal einer rein, ich will da mein Ulti rein zaffern, wie so ein verrückter. Ja, Wukong oder Lee Sinwissen rein, das heißt, beide sind nicht tanky, ne? BOOT! 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 BAM! Ich habe mir sogar einen Kill geholt. Hast du diese Ulti gesehen? BAM! Ja, und als die aus deinem Stun rauskam und aus Wukongs hochschmeißen, kam mein Q. Und wieder rein? Hat sie nochmal hochgeschmissen. Boah stimmt, ey, das ist ja richtig krass. Los, geh zu Leblank, geh zu Leblank! Meinst du mich? Meinst du meinen Teddybären? Teddybären! Die Kuschel-Teddy. Ohhhh! Fuckin gear! Wuru, wuru! Choo, choo, choo! Bam! Ohhhh, hat er mich! Oder? Ne, hat er doch nicht! In... In... Jaaa... Peace! Ich spiele mal eben! Ja, sehr schön! Boah, ich möchte ja eigentlich noch drin bleiben. Bleib ich ja noch drin! Oh, fuck! Auf die... Auf die Carries! Auf die Carries! Oh, dammit! Toll! Der haut mich wirklich mit der Ult hier weg! Ich dachte, das überlebe ich irgendwas. Dann bin ich aber eigentlich gleich drauf auf. Oh, fuck! Ich hab nicht genug Mana! Feuer! Feuer, Tod und Ferne! Komm! Bäm! Teddybär in dein Auge! Wuh! Overkill! Kill, kill. Marvin, der Saubär! So wird er genannt, ja? Das stimmt! Der Saubär? Ich bin Saubär, ja. Der Schweinebärmann. Oh yeah, mach mich schneller, mach mich schneller. Den Schweinebärmann kennt ja wohl jeder, oder? Aber das muss ich mir jetzt nochmal merken. Also man könnte ja, wenn man eine Wombo-Komponente nimmt, muss man ja nicht unbedingt Oriana nehmen. Man kann ja auch die geile sechsjährige Annie nehmen. Oh yeah. Ich dachte schon, was kommt jetzt? Die geile sechsjährige. Was? Was? Lass mal Draco hören. Ich mach jetzt hier Solo-Style, weißt du Bescheid, ja? Weißt du Bescheid? Ben! Ich hoffe, du wirst mies in der Luft zerrissen von allen. Der muss aufpassen. Da laufen nämlich gerade, glaube ich, ungefähr zwölf Leute hin. Ben! Boah, die kommen alle zu mir? Was wollen die denn bei mir? Vielleicht ein bisschen Kopfgeld abstorben. Bäm! Wo sind sie? Wie wär's, wenn du mal in Watten scheiß Busch haust, du? Du hast... Hab ich nicht. Da, da, da. Hallo! Was sie wollen? Boah, ich hab wieder meine Ulti. Jetzt kommt Flash, Flash Ulti, pass auf! Ja, ist jetzt niemand hier, ne? Ja, deswegen ja. Deswegen, warte ich bis zum Beispiel sollte. Mach hier ein Watten! Aber die sollen alle zusammen klumpen! Klumpen! Klumpen, Rino, Mino! Tschögerissian! Äh, ich seh ich das richtig... Du sagst mir vorher Bescheid, da mach ich meinen eh noch nicht drauf. Ja, ich geh da noch weiter, ja. Ja, Wukong ist da! Okay. Flash Ulti? Ja, jetzt müssen die noch zusammen klumpen. Nein! Ich hab zu wenig! Ich hab... Oh, fuck! Da hab ich auch nicht verkackt. Ordentlich verkackt! Ordentlich verkackt! Und ich bleib hier immer stehen! Merk ich gerade. T-T-T-T-T-T! Das Janna holt ihr einfach nur die Blom. Das... Weißt du schon. Hab ich... Bam! Ähm... Ja, ganz komisch! Ich weiß ja, was hast du gemacht? Wenn man fast das Ziel erreicht, aber es fehlt noch so ein Schritt und man drückt die ganze Zeit, man spamt Q zum Beispiel drauf, dann bleibt Andy wie so ein Roboter-Timer-Code stehen und Kasten das Ding liegt. Oh, komm, den will ich auch nochmal haben. Ähm... Ähm... Bestimmt, Mario, bestimmt. Ich glaub dir das. Warte, hier, den will ich auch. Warte, hier, den will ich auch. Der! Guck dich den schon an! Oho! Oho! Achso, der Inhip ist wieder da! Loil! Der Inhip! Der Inhip spielt gegen uns! Jetzt hab ich meinen Stundengas und jetzt beginnt die Rasur! Hast du Bock, so ein sechsjähriges Mädchen mal zu rasieren? So, viel zu wenig dran! Wie ist denn Rasikato? Bei ihm läuft er auch ohne Rasur? Und dann incoming! Komm her! Ja! Los, lasst euch mal alle umbringen! Stirb mal! Los! Für das Team! Für das Team! Stirb für das Team! Was sie wollen! Was sie wollen! Hallo! Ben! Du entkommst mir nicht, mein Lieber! Mein, mein Name, Olga! Hallo! Ich sie machen kaputt! Ich, ich heute ihr... Ich leite heute ihr, ihr Animationsprogramm! Äh, ich heute vergewaltigen, äh, den Ezrael! Muy yami yami! Fällig ist da! Ben! Ja, dead any damage, das stimmt! Das ist also sowas von OP! Aber! Hashtags müssten zusammen geschrieben werden, sonst er kennt Twitter die nicht! Oder? Ist das so, ne? Komm so ran, komm so ran! Oh, wen haben wir denn da? Marvin, du bist gerade, äh... Das Ziel von ein paar... Angriffen! Oh, fuck! Oh, wie ich seine Ulti abgebrochen hab! Hast du das gesehen? Du hast keinen Scham von seiner Ulti bekommen, weil ich dich abgebrochen hab! Ich hab grad wieder versucht, meinen Stuttgart zu öffnen! Neppa Funcionero! Du warst doch schon im Stuttgart! Äh, ja, deswegen mein ich ja! Deswegen geht's nicht! GG, Muchachos! Das war das kleine Mädchen in der Midlane! Ja, supergeil! Danke fürs Zuschauen! Genau! Reingehauen, Muchachos! Lass den Baum nach oben und wenn es euch rein hat, dann reingehauen!